Weh, 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 weh. Weh, 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 weh. Unser Kampagnen-Slogan ist Mi plus XX und bei Mi plus XX geht es um die eigene Persönlichkeit. XX steht sozusagen für was Authentisches, für was Besonderes, für was Individuelles. Es geht eigentlich nur darum, sich selbst im Vordergrund zu haben und XX dazuzupacken. Man kann das gut kombinieren mit den eigenen persönlichen Sachen und dadurch halt den persönlichen Stil einfach nur unterstreichen. Wir brauchen jemanden, der Persönlichkeit hat. Wir brauchen jemanden, der authentisch ist und das ist Cosmo. Und damit ist sie perfekt für uns. Die Leute können sich mit ihr identifizieren und somit bekommt das Mi dann auch eine Bedeutung. 3 4 5 5 6 7 7 8 Untertitelung des ZDF, 2020